Mit Frau Sigrid Eberls geht dann erst auf Stufen. E-A und von Ihnen hören wir den Marsch bis jetzt. Und hier aus der Bünde haben wir den Bürgermeister Josef Finsau zu begrüßen. Er ist deine Unterstützung und ist immer ein freuer Betreter der Blasen-Sie. Danke auch so für deine Unterstützung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.